Herzlich willkommen zur ersten Mathestunde. Heute werden wir gemeinsam den Reproduktionswert errechnen. Dieser Wert ist nicht allzu leicht herauszubekommen und nur die hellsten Köpfe sind dazu in der Lage. Ein Mathematikgenie hat sich vier Tage lang eingeschlossen, um zu rechnen. Er wird uns nun den Rechenweg erläutern. Ich habe nur den Drei-Tage-Wert auf einen Vier-Tage-Wert erhöht. Das habe ich dann so lange gemacht, bis mein Drei-Tage-Bart zu einem Vier-Tage-Bart wurde und den habe ich geglättet mit einem Kamm. Dann habe ich mir das angeschaut und so bin ich letztendlich auf das Ergebnis gekommen. Sehr gut. Besser hätte ich es auch nicht erklären können. Kann man nicht besser erklären, aber ich würde gerne wissen, ob das jetzt schon das Endergebnis ist oder ob... Dann also noch was mit 0,7. Ist vielleicht eine doofe Frage jetzt. Mensch, Klaus, die 0,7 wird auf 1 aufgerundet. Das weiß man eigentlich. Nein, 1,1. Wir nehmen das Ganze. 1 plus 2, wie der Witt macht 5. So. Aber das wäre ja erstmal nur der Kehrwert. Wir müssen ja das Zwischenergebnis noch durch den Wert x teilen. Das kommt erst danach. Du musst dir erstmal vollständig die Klammer ausrechnen. Und das in der Klammer nimmst du dann Minus 27. Jetzt verstehe ich das. Umso länger man rechnet, umso klarer wird die Aufgabe eigentlich. Die Mathematik ist ein schönes Fach. Nur wird das in der Schule leider nie so gut erklärt wie hier. 1 plus 2, wie der Witt macht 5. Die Zahlen sind falsch. Ihr müsst Minus 6000 rechnen, hm? Könnt ihr nicht rechnen? Da habt ihr falsch gerechnet, hm? Du hast recht, Jens. Also rechnen wir von vorn. Herr Luschitz, wenn Sie denken, dass Sie schlauer sind, dann rechnen Sie doch bitte, hm? Das werde ich aber nicht machen, weil mir sonst die Birne qualmt. Zieht mich da bitte nicht rein. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Mit diesem ewigen Gerechner und den Zahlen. Man sieht gar nicht mehr durch. Was soll das? Gut, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben und alles verstanden. Bis dann.